Hans-Uli Lehmann, was bevorzugst du? Auto oder Velo? Früher habe ich das Auto bevorzugt, heute ist es ein ganz klares Velo. Velo bedeutet viel die grössere Freiheit. Velo bedeutet unabhängig zu sein. Velo bedeutet aber auch viel mehr im Detail zu sehen. Also heute ist es ein ganz klares Velo. Fussball oder Eishockey? Ja, das ist eine gemeine Frage. Jetzt müsste ich natürlich sagen Eishockey. Aber ich schaue immer noch gerne im Fussballmatch. Aber seit ich dem EAC Kloten etwas zu sagen habe, interessiert mich natürlich Eishockey auch. Risiko oder Sicherheit? Ganz klar Risiko. Risiko hat zwar immer einen Preis. Ja, man verliert ein bisschen Sicherheit. Aber wenn man die absolute Sicherheit hat, dann geht man kein Risiko mehr. Das ist nicht spannend. Wasser oder Champagner? Eindeutig Wasser. Champagner trinke ich nicht und Wasser trinke ich sehr oft, wenn ich die Urste habe. Ferrari oder Lamborghini? Ganz klar Ferrari. Aber es sind beide schöne Autos. Bauer oder Banker? Ganz klar Bauer. Ich bin ein Bauersohn. Mein Vater war Bauer und ich bin auch ein halber Bauer. Man sagt mir das manchmal auch. Aber Banker wie diesen habe ich eigentlich viel zu tun. Ausser sie möchten mal Geld von mir anlegen. Facebook oder Instagram? Keine Weiters zu wenig. Darum kann ich zu keinem eine Aussage machen. Danke vielmal. Gerne geschehen.